Gerade im Radio, jetzt pass auf, wie war's? Nicht, dass ich's zusammenbringe. Äh, normal hör ich ja gar nicht mein Radio. Jetzt pass auf. Genau, der Hauptgrund für Beziehung ist Haus. Also Probleme in dem Ding ist Haus oder Bau oder auf alle Fälle Haus. Und der zweite Grund für das große Ding ist, äh, wie war's? Kinder, genau. Haus und als zweites Kinder, so war's. Das war im Radio, mit ihm. Genau. Und der dritte ist wahrscheinlich die Frau, ne? Das war aber bloß ein Witz. Und der vierte, das führte die andere Frau. Das war bloß ein Witz. Das war jetzt bloß ein Ding vom Witz her. Bitte in zwei Kilometer rechts. Auch wenn es stimmt, wahr scheint. Auch wenn es stimmt, wahr scheint. Und der dritte ist, äh, wie war's? Ja, es stimmt, mir ist das. Auch wenn es nicht stimmt, wahrhaft ist. Zum Schluss. Vielen Dank.